Ach, was für ein sonniger und toller Tag in Porkhaven. Ich habe mir heute schon mal meine Haare gemacht. Das ist super cool geworden. Irgendwie habe ich Hunger, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mal langsam was essen. Oh, wartet mal, meine wunderschöne Musik. Ja, hallo. Hallo. Oh, hallo, sind Sie ein Waschmeerverkäufer? Nein, ich bin ein Arzt, aber möchte ich trotzdem ein Waschmeer haben. Ja, ich möchte gerne ein Waschmeer haben. Kann der Waschmeer Harry heißen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich möchte Ihren DNA haben. Dafür bekommen Sie von mir einen Chickenburger. Ich komme vorbei. Wo sind Sie? Im Krankenhaus. Okay, ich komme. Und, wie geht's Ihnen so? Haben Sie gut geschlafen? Ja. Sind Sie das da vorne? Ja. Oh, guten Tag, hallo. Guten Tag. Wir machen kurz Handy-Check. Okay, komm, ich komme jetzt. Hast du auch schon das Leute ProHame-Boss 23? Kommen Sie mit! Okay. Ach, in dem Krankenhaus. Nein, ich habe das Neueste. Ich habe das Apple iPhone 400. Das habe ich auch. Ich habe schon das 4 und das 3. Oha. Dann kommen Sie jetzt mit. Okay. Ich komme in Ihrer DNA und dafür brauche ich eine Spritze. Ja, aber hier hinten liegt doch eine Spritze, Sir. Oh, eine Waffe. Hallo, Waffe weg. Weg mich noch mal hin. Okay. So. Warten Sie. Ich mache erst mal meine Ideenübung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Handy, 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 Handy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Handy, Handy. Warte, warte, bevor du mir das Blut entnimmst, haben denn die alle Leute, die gerade zuschauen, schon ein Abo und Like da gelassen? Weil ich habe gehört, sonst tut es viel mehr weh. Ja. Müssen Sie erst ein Abo und ein Like da lassen? Ja, mache ich auch. Feingemacht. So, ich habe gar nicht mit. Okay. Weil alle hoffentlich ein Abo und ein Like da gelassen haben. Jetzt nehmen Sie mir das Blut, Mister. Ja. Nessig. Aua. Das hat voll wehe. Geil. Jetzt will ich mal einen Burger. Warte. Der ist noch in meinem Brotstag. Ja, einen Chicken Burger. Ja. Nom, nom, nom. Bäh. Wie alt ist der schon? Äh, äh, vier Jahre irgendwo. Ah, geht der sogar für Ihre Fernsehende. Dann, dann gehe ich erst mal wieder. Tschüss. Ja. Ach ja. Und so einfach kriegt man einen Burger, Kinder. Ah, ha, 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 ha. Ich werde die komplette Welt vernichten. Ich werde eine List AD Army machen. Mit der DNA, die ich erhalten habe. Ähm, hä, wo sind wir denn, Maiko? Was passiert? Weiß ich nicht. Was ist? Ich fühle mich, ich höre so Geschrei. Oh. Oh mein Gott, was ist das? Hä, bin ich das? Warum? Ah, nicht das Glas kaputt, Mann. Ich glaube, das ist sonst eine ganz dämliche Idee. Ah! Warum hast du das Ding aufgemacht? Ah. Warum hast du das Ding aufgemacht? Bin gestolpert. Also haben sie mich gegengelaufen, hast du gestolpert. Hast du verweich, ne? Äh. Wie machen wir das jetzt? Jetzt sind die Finger frei. Warum bin ich da eigentlich? Ja, weil... Ah, die greift mich an! Hast du irgendwas gemacht? Ey, ich... Nö, ich war jetzt erst nur beim Doktor, ähm... Steff... Was ist mit dem einen da los gewesen? Ich war nur bei Doktor Steffen. Der hat mir Blut genommen und hat dann irgendwie gesagt, der macht irgendwie eine komische Armee oder so. Ah! Ich glaube, das war dieser Doktor, der mir Blut genommen hat. Der hat das gemacht, Maiko. Warum? Warum haben sie eigentlich gerade immer mehr? Kann... Kann das sein, dass sie sich irgendwie jede paar Sekunden da in neue kommen? Also eigentlich, ja. Es ist halt ein bisschen unfair, oder? Dann sind ja irgendwann unfassbar viele. Ja. Ich gehe hier rein, tschüss. Noob. Danke, ja. Sobald wir kommen, gehen wir hinten raus. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst wenn alle hier drin sind. Ah! Was ist mit dem los? Ah! Das ist einfach ein Fall. Hilfe! Hilfe! Warum haben die... Er hat ja einen Anfall. Er hat einen Anfall. Ich habe eine Idee. Wir müssen... Wir müssen dieses Ding aufstellen, was du umgeworfen hast. Aber wie willst du das aufstellen? Verdammt gute Frage. Warte, komm die hier hoch? Warte, wir müssen das irgendwie... Wir müssen doch hier den Geheimgang geben. Noch nicht. Ich bin sicher hier. Komm wieder runter. Wir brauchen einen Plan. Komm runter! Komm, komm, Tom. Komm, Tommy, Tommy. Ahaha! Ui, Wabi! Ich schreie so laut. ich hatte doch schon angst ehrlich gesagt hat komm mal wieder in das geheim versteckt da warte ich hole dich ab komm wir gehen wir gehen ins krankenhaus ja sehr gut oh es sind irgendwie mehr geworden oder gott sind das viele geworden was geht da guck sie an mich und nienten dreh dich mal um bitte 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 guck mal das sind alles meine babys die machen mir anzeige kinder greife ihr an wie wir sie dir das ist eigentlich mit dem einen los sein ist man boden hilfe ich frage also meine babys sind da kann man nicht mehr drauf ja zu ende der tag warte mal irgendwo war das hier jetzt müssen wir erst mal dieses ding finden ich glaube das hier ist es ja aber wir brauchen muss der wissenschaftler du bist der wissenschaftler es war ein versuch wert ich dachte irgendwie es könnte richtig sein war wohl doch nicht richtig schade wir sind wohl ich kann mich so was haben das habe ich auch ich habe gerade mal mit so runtergefallen aus sie kommen nicht ach bei mir kommen sie es sind halt echt leider sehr viele geworden und die hälfte von hatten zitteranfall was hast du denn gemacht ich weiß nicht alles und hier lassen dass meine kinder hat diese wurden die können aber die laufen wie zombie ja das viele wir sollen wir den tue es sind alleine auf der ganzen welt lassen zumindest heiraten noch so lange es geht ok ich will mich heiraten er ist angehalten er hat keine lust mehr ja ich will dich heiraten komm ja und so gehen disati und michael in die kirche und heiraten und nebenbei werden sie von zombies gefressen doch das interessiert sie nicht mehr willst du mich heiraten ja stell dich vor mich wir kommen jetzt eigentlich wieder raus einfach raus ran warum wollt ihr alle mich ich komm nicht mehr raus wir sind zu viele es sind viel zu viele ey ich hab einen reinen bike er hat wieder zittert mal was machen wir was machen wir ne wir haben jetzt geheiratet ich geh in die mall ich geh ins kino ich komm nicht mehr schatz baby 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 ja es ist zu das ist nicht so gut mussten eigentlich alle hin da Ahahahahaha Party, sag ich Nein, ich kaufe mir jetzt gerade noch ein paar Sachen für meine Party heute Oh, guten Tag, Mr. Lips HD Wollen Sie, äh, Mrs. Lips HD Wollen Sie was kaufen? Echt? Ah! Maiko, das Ding hat mich gebissen Da fahre ich zurück Maiko Ja Ich denke, es geht nicht gut für uns aus Ich auch nicht Es sind echt viele Babys geworden So viele Babys wollte ich nicht, schäm dich Mann, wie oft war ich denn schwanger inzwischen Komm, warum hab ich mich selbst gekriegt Und das ist irgendwie gruselig, so, wenn man überlegt Ja, was haben wir eigentlich Ja, wir hatten halt Geh mal wieder an die Polizei, ciao Wir hatten halt sehr viel Zeit Hallo Zombies Warum sind denn deine Kinder Zombies? Schon, um die sie laufen, so Haben keine Kontrolle mehr Ja, dass sie so viele geworden sind Ich kann halt nicht zielen Ey Was passiert? Komm mehr, Harani Komm einfach wieder Ah, die sind aufeinander gestapelt Die sind wie so ein Karton Oh mein Gott Warum klänzt ich eigentlich? Warum klänzt ich so? Ah, geh doch wieder rein Wir wollten doch rein Okay, ciao Viel Spaß dir alleine Hä, was passiert? Bin du ja tot Warum nur? Geh durch den Lüftungsschacht In der Zeit, wo ich hier unten stehe Oh, du bist da Ja, also halt unten bei dieser Zelle Komm, hoch Meiko Meiko Ja Ah, die sind Warum machen die auf dem Dach? Das war ein schönes Leben Meiko, komm her Wir müssen zusammen von hier gehen Wir haben keine Chance Leute, lasst an und ein Like das Das geht super Sonst fressen euch die Lister T-Zammies auf Komm her Mwah 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 Mwah